Und damit herzlich willkommen an alle Exzellenten da draußen. Ja, heute geht es wieder um einen ganz kleinen kurzen Guide zu einer neuen Herausforderung. Und zwar soll es heute um die seltene Herausforderung die Bukanierbucht besuchen. Klingt einfach, aber vielleicht für den einen oder anderen der neu zu Conan Exites dazu gestoßen sein sollte und noch nicht wissen sollte, wo er genau da hin muss. Aber werden wir uns mal ganz schnell an den Ort des Geschehens begeben. Denn die Bukanierbucht finden wir ganz im Osten, hier im Piratengebiet. Werden wir uns einfach mal hin teleportieren über den Admin-Modus. So, gehen einen kleinen Moment vorwärts, dass sich das Ganze aktualisiert und wie ihr seht, damit automatisch schon abgeschlossen. So, wir geben uns mal ganz kurz ein bisschen ins Wasser, damit uns die Fiecher in Ruhe lassen. So, dann gucken wir nochmal, dass wir alles erledigt haben, wie ich es versprochen habe. Und wie wir sehen, Bukanierbucht besucht, damit abgeschossen und wir können unsere Punkte einstreichen. Einwandfrei. Sehr schön. Ja, ihr seht schon, wir haben wieder eine neue, seltene Herausforderung bekommen. Darauf werde ich im nächsten Video eingehen. Heißt also für dieses Video, gerne wieder Däumchen da lassen, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Gerne ein Abo auch auf dem Kanal lassen. Hier werden in nächster Zeit jede Menge nochmal Guides zu den Herausforderungen kommen. Die logischerweise jetzt nach und nach wahrscheinlich auch erweitert werden. Es werden also immer wieder neue dazukommen. Daher stay tuned. Und wir sehen uns hier auf dem Channel im nächsten Video. Bis dahin, schön gesund bleiben. Und ciao, ciao.